Flugtanzer Starland Flug nach Delhi Mein Name ist Klaus Schöne und zusammen mit Herrn Chaum sind wir die verantwortlichen Hörser auf Wir und das gesamte Team in der Kabine möchten ihn den Auftrag bei uns am Ort so angenehm wie möglich gestalten In Kürze werden wir zur Startbahnrollen und uns auf die Reise gegeben, die heute 8 Stunden und 10 Minuten dauern wird Bitte schalten Sie jetzt elektronische Geräte mit Sendefunktion in den Flugmodus oder vollständig aus Wenn Sie den Auftanzer Flynet angeboten oder den Telekom-Spot an Bord uns möchten, schalten Sie die WLAN-Funktion ein Weitere Informationen zum Gebrauch elektronischer Geräte an Bord und zur Nutzung von Flynet finden Sie auch im Lufthansa Magazin Ihr Handgepäck muss jetzt sicher verstaut sein ohne Eingang oder Notausgang zu blockieren Laptops müssen abgeschaltet im Handgepäck oder wo vorhanden im verschließbaren Fach am Sitz verstaut sein Reichtere Geräte wie Mobiltelefone oder Tablets dürfen Sie in der Hand halten Uns ist es wichtig, dass Sie sich bei uns an Bord nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen Daher zeigen wir Ihnen in Kürze ein Film zu Ihrer Information Weitere Informationen werden Sie auch von unseren Cockpit-Kollegen bekommen Das sind die Kapitäne, Herr Sorde und Herr Göller Wonderful, good afternoon, ladies and gentlemen On behalf of our team in the cabin, it is our pleasure to welcome you on board On your Lufthansa Starlines flight to New Delhi My name is Klaus Schöne and together with Mr. Chao, we are the chief flight attendants on your flight today All of us in the cabin crew hope to make you stay with us a pleasant and relaxing one We are now preparing for take-off and will soon be on our way Today's flight to New Delhi is scheduled to take 8 hours and 10 minutes Please make certain that your electronic devices with transmission function are either switched to flight mode or switched off completely If you wish to use Lufthansa Flynet or the Telekom hotspot on board Please activate the Wi-Fi function Details about using electronic devices and flying on board Please read the information in your Lufthansa Magazine Can you make sure that your hand package is stalled safely and does not block any idle emergency exit? Lufthansa be switched off and stalled in your hand package and a closed storage will not be refused You will keep lighter devices such as mobile phones and tablets in your hands It is important just that you not only feel comfortable but also safe on board This is why we will be showing shortly you are moving with information about your safety on board Further announcement and information will come from our cognate colleagues Today's pilot semester I am not responsible for your job I am not responsible for designing your nicely I am not responsible for renting any other общST々 By the way, I am not responsible for her We are a promise of raising also Untertitelung des ZDF für funk, 2017